Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer von German Junior TV. Die zweite Siegerin, sie strahlt neben mir. Sie hat nämlich das Dameneinzel gewonnen aus Japan, Hirari Mitsui. Und ja, wir haben wieder unseren japanischen Übersetzer hier dabei. Gestern hat er uns großartig geholfen, heute ist er auch wieder dabei. Als allererstes natürlich herzlichen Glückwunsch, dass du den Titel hier gewonnen hast in Berlin. Deine Gegnerin war Nummer eins gesetzt. Wie hast du sie trotzdem schlagen können? Ich habe mein Bestes gegeben und habe mich herangehalten, immer in der Offensive zu sein. Was sind denn deine Ziele in deiner sportlichen Zukunft? Ich bin derzeit in der Welt der Welt. Ich will das für dich ein Idol, eine Sportlerin, ein Sportler, zu dem du aufschaust, von dem du dir auch etwas abschauen kannst. Ich bin der Taiwan-Tai-Tzu-In, der Taiwan-Tai-Tzu-In ist meine Lieblingsspielerin. Du trainierst wahrscheinlich sehr viel zuhause in Japan, Badminton. Gibt es denn irgendein Hobby, irgendeine Tätigkeit, die du gerne machst, wenn du mal nicht in der Halle stehst und Badminton spielst? In Japan ist es sehr schwierig, aber es ist sehr schwierig, wenn du nicht trainierst, wenn du nicht trainierst, wenn du nicht in der Halle stehst und Badminton spielst? Ich spiele gerne mit meinen Freunden oder ich höre auch gerne Musik zu Hause. Okay, dann danken wir dir, dass du dich den Fragen hier gestellt hast und wünschen dir für deine sportliche Zukunft natürlich alles Gute. Vielen Dank. Und ich freue mich, dass Sie sich in den nächsten Jahren wünschen, dass Sie sich in den nächsten Jahren wünschen. Dafür drücken wir alle Daumen und wir melden uns später wieder mit dem Sieger aus dem Herreneinzel, einer aus Chinese Taipei. Das kann ich schon mal voraussagen. Macht's gut. Ciao.